Ich habe jetzt auch einen Support-and-Creator-Code. Get on my level. Einfach eingeben. Einfach bestätigen. Mich kostenfrei auf Ehrenbruder-Basis supporten. Kuss. Geht raus. 3, 2, 1 Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Oh mein Gott. Oh Gott, eine Sniper als Anfangswaffe. Ist ja wohl eine Frechheit. Mehr was. Ruhe im Karton. Ich mische mich erstmal nicht ein. Waffen sind jetzt nicht so geil. Aber das kann ich schon eher arbeiten. Ich habe mal noch kurz den Spickness rein. Ein Gegner ist gestorben. Irgendwo sind... In der Halle sind Gegner. Digga. Wo sind denn... Oh mein Gott. Wo denn? Oh Gott. Die kröchtern da wieder oben. Irgendwo oben. Fuck me, Digga. Ich hasse es so sehr. Sprinte doch mal! Junge, 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 Junge. Das tut dog shit. Das tut shit, die scheiße, Digga. Schade. Dass der Sniper-Schuss nicht gesessen hat. Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Ah, fuck. Okay, ja, irgendwie... Da oben sind eigentlich zwei Kisten. Wo ist der Loot davon? Hä? Das verstehe ich immer nicht, Digga. Oder wurden die Kisten schon aufgemacht? Das wird es noch wohl sein, ne? Na, gehen wir mal weiter. Oh. Warte. Okay, der kämpft da oben drauf. Das ist gesehen. Digga, also... Ja, egal. Mehr Movement da. Keine Ahnung. Die RPG hätte hinten müssen. Das wäre gut gewesen. Ein Gegner, aber doch, der landet hier. Ein Jiggy Jagajuku Jackson schmeckt natürlich köstlich. Waffen aus... Ach! Oh, ne blaue Tech bevorzuge ich sowieso mehr als ne grüne. Oh, ne Zampa. Aber RPG ist eigentlich stronger. So, gut, okay. Ich bin Gucci to go. Loot ist super. Da ist ein Gegner. Möchtet ihr meine RPG in die Fresse drücken? Hä? Bro. Was machen die Gegner wieder für Spielchen? Er ist hier gerade gelaufen, right? Ah, okay. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Und... Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ach, Digga. Also... Ich darf nicht mehr immer mit meiner Faust auf den Tisch. Und ich hau immer auf das Handgel... Auf das... Auf die Kette, Digga. Es tut so weh. Ja, irgendwie ist der Worm drin. Aber ich hab auch echt veraimt. Also, ich weiß gar nicht, was da gerade los war. Eigentlich gut gespielt. Oh, oh mein Gott. Und gleich wieder Tod und Ausmasser schieben. Lass mich einmal in der Runde ein bisschen Spaß haben jetzt. Direkt goldene Skalibob Marley Schall gedämpft. Ja. Oh mein Gott. Wo ist der Bastard? Der ist da oben. Oh, und es ist wieder so ein verölter Nutztenkopf. Aber ich bin besser. Skalibob Marley macht ihren Job. Oh, ist das schön. Oh. Ja, muss ich nehmen. Ja, er weiß ganz genau, wo ich sitze, ne? Bro, warum bist du so ein Mensch, ne? Sag's mir mal ganz kurz. Warum ist man so? Sag's mir ganz kurz. Ne? Warum ist man so eine dumme Drecksau und Streamsnipe so widerlich? Oh Gott. Es ist so unerträglich, ne? Melden, den wäre ich jetzt melden, der Geist mir zu doof, wirklich. Es sind solche Huhensöhne. Und das mache ich wirklich selten. Und ich habe ja prinzipiell nichts gegen Streamsniper an für sich. Also Leute, die bei mir in der Lobby mitspielen und sich fair, in Anführungszeichen, duellieren. Aber ihr wisst ja ganz genau, wie diese Leute am Ende des Tagesspiels, ne? Die duellieren sich nicht fair, sondern die gucken halt jetzt streamen. Das ist ja das, was am Ende dann auch so ultra ätzend einfach ist. Diese goldenen Boxen finde ich auch sehr scheiße. Komm, gib mir mal ein bisschen was, wo man nicht arbeiten kann. Dankeschön. Hier ist natürlich jetzt ein Gegner gerade. Jetzt ist es schon wieder nervig. Das ist über mir auf dem Dach. Oh Gott. Ich mache das noch ein, zwei Runden und dann höre ich auf, das Spiel zu spielen. Also erstmal Solo-Runden, da habe ich keine Lust mehr zu. Ja, fast geschafft. Ich muss ja durchziehen, Digga. Ich muss ja durchziehen, Bro. So. Okay, Sklob-R. Bin ich jetzt nicht so der Freund von... Davon auch nicht. Das ist so eine Scheiße, Digga. Moment. Ich hatte aber das Lama hier gesichtet. Na komm, gib mir was Gutes, gib mir was Gutes, gib mir was Gutes. Boogie-Bombs, 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 Boogie-Bombs. Also ich weiß nicht warum, aber das Lama im OG-Modus nicht bauen, ist fucking scheiße, Digga. Das gibt mir überhaupt gar kein Ge... Oh, Bro, come on. Sechs Minis geht aber. Hm. Ja, weiß ich nicht. Sechs Minis finde ich jetzt persönlich auch nicht so ein Highlight. Im Baumodus halt Metz dazu bekommen. Ja, das stimmt. Das ist mir klar. Das weiß ich ja. Aber der Belohnungseffekt. Ein Lama zu finden im Nicht-Baumodus ist halt ziemlich begrenzt. Finde ich. Hm. Vorne ist ein Rift, das ist natürlich nice to know. Mehr Munition wäre sinnvoll. Ja, einfach insgesamt ein bisschen mehr. Also ich meine jetzt sechs Minis. Ja, sechs Minis und eine goldene Taschenmuschi. Finde ich jetzt persönlich irgendwie relativ unspektakulär für einen Lama. Was auf der Map ja doch relativ selten ist. Digga, diese verfickte goldene Taschenmuschi fährt so ein Fakt so ab, Digga. Hm. Boogie gefällt mir gut. Hm. Wir müssen den Zampa liegen lassen. Jetzt gehen wir zum Rift und dann gucken wir mal nach einem Gegner. Wir haben die OG-Sniper. Trickshot! Boah, der Sound von der Sniper ist so geil, Digga. So. Ähm, wir sind von hier gekommen. Und da war ein Gegner. Und ich würde behaupten, dass da auch immer noch ein Gegner ist. Oh Gott. Ich krieg ein... Nur mal ganz kurz für mein Verständnis. Ich krieg ein Schuss. Also ich werd einmal getroffen. Mein Busch ist weg. Und minus 120 Leben. Hä? Wie passt denn das zu Sim? Macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Und ich hab immer noch den Busch, seh ich gerade. Hä? Hä? Das macht... Das macht unfassbar gar keinen Sinn. Versteh ich ja gar nicht gerade. Das war ein 80er-Schaden. Ja. Ja, ja. Das ist mir schon klar. Aber normalerweise, wenn du Schaden bekommst, verlierst du automatisch auch deinen Busch. Und der Busch tankt einen Schuss. Und ich hab nur einen Schuss abbekommen. Versteht ihr? Das meine ich. War der da oben in seiner Burg drin oder was? Also irgendwie ein bisschen komisch gerade. Ich weiß auch nicht. Im Fluch ist... Im Flug ist Busch nicht aktiviert. Ich weiß nicht. Kann das jemand bestätigen? Würde logisch sein. Aber irgendwie auch nicht. Ja, ja, ja. Also, ich kann ja auch irgendwie so ein bisschen mit dem Punkt drauf sein. Und das trifft nicht sofort. Okay. Oh, wo ist so hin? Aber der ein oder andere Schuss mehr als Hit wäre super gewesen. Oh, hab nicht nachgeladen. Na, komm her. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich ihn überhaupt treffen? Wo ist er denn jetzt hin? Was? Ich will sofort einen Clip. Weiß ich jetzt nicht, ob das links daneben ist, Bro. Er ist ja auf dem Board unterwegs. Das heißt, ich predikte ein wenig, dass er auch sich bewegt. Schuss. Für mich ist da... Ja, aber es ist ganz schwer. Ja, ganz knapp, ja. Rechts vorbei. Ja, das ist natürlich rechts vorbei. Knapp. Ja, sehr knapp. Ja, egal. Scheiß drauf. Ich merke, meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch nicht gerade so krass da. Also ich veraim deutlich krasser. Beziehungsweise die Gegner hüpfen auch viel mehr rum. Wie so ein Bambi auf Koks. Wie so ein Bambi auf Koks. Sowohl das hier. Als auch das hier. Das sind Botkriegner. Das vermutlich nicht. Oh Gott. Wie so ein Bambi auf Koks. Wie so ein Bambi auf Koks. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Digga, der ist am lecken. Ich treffe nicht einen Schuss. Was ist denn das für eine Kacke hier? Oh Gott, ich kriege die Kamera-Touren fast. Du, oh. Oh Gott, das war ganz knapp, Arino. Moment. Oh, Digga. Fast Karma kassiert. Aber nur fast. Fallschaden, ich habe auch gerade dran gedacht, ja. Bitte, bitte, bitte. Lass mich hier aus der Situation nicht rauskommen. Wieder einer oben auf dem Hügel. Digga, ihr merkt hier, was hier... Unter was für einem Pressure ich hier bin. Scheiße. Okay. Okay. Reden wir nicht drüber, Chat! Da wird kein Clip von gemacht und ein satter Nutten und ein satter Nutten lädt das auch nicht hoch, sonst gibt es Ärger.